Grüß euch Leil und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute fahren wir mit zwei Freunden in Watteslauer zu meiner Oma. Da fährt zwar ein paar so Streetskate-Sachen. Wir bleiben da jetzt zwei Tage. Schöner Wenkel, so einen kleinen Urlaub. Und ich habe eine Tochter-Winne gekauft. Hey Schwab! Der Dave arbeitet gerade an seinem Musikprojekt. Da kommt in ein paar Monate etwas auf meinem YouTube-Channel. Also da kommt es euch schon gefreut drauf. Yo, ich war's. Wie kann ich gerne mal wieder auf dem ihre Arbeit machen? Und ich habe es euch nicht, dass da ein paar wirklich guter Werte kommen. So, ich habe eine Tochter-Winne. Tschüss! Ich bin ein paar Sachen mit einem Schnellen, Ich gebe es mir aus. Ich bin ein paar Tage. Ich habe ein paar Tage, Möge es darauf auf. Möge es hier, Und ich habe es mir gedacht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.